Hallo, kommt zurück zu. Es ist jetzt mit 2. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss. Und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Die werden... Haben die Bogenschützen erledigt. Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals und Beinbruch. Wünsche ich auch. Das wäre fast zu langsam gewesen. So ist das nun mal, wenn man sich nebenbei noch am Auge juckt. Kratzt, meinte ich. Wenn es am Auge juckt und man sich dort kratzt. Ja, ja. Dann merkt man nicht alles. Hüpf. Hüpf. Also müssen wir Bogenschützen eliminieren. Um endlich unseren Emilio und unseren Schatzi-Mäuschen zu besiegen. Gut, machen wir mal. Was soll dabei schon schief gehen? So, wo sind denn unsere ersten Bogenschützen? Nach 180 Metern Fernzucker. Schön. Ich schaue gleich um die Ecke. Und immer über die Dächer. Denn die Dächer sind wie Fächer. Dächer, Echer, Lächer, Schnächer. Dächer, Pimmelbrecher. Ach ja, du darfst mich ja nicht sehen. Tut mir leid. Mach ich nie wieder. Aber stirbst du nicht. Muss ich das verstehen. Bitte nicht. Okay. Arm, Hitler. Was, die in Ruhe? Ja, sehe ich genauso. Ähm. Ja, blöd. Warum töten denn die? Nicht mehr. Äh, doch. Dein Tod. Dein Tod ist ein ziemlich triftiger Hund. Habe ich dich etwa verpackt? Oh, hast du mich jetzt verpackt? Verpacken wir uns hier gegenseitig. Ach, meine Fresse. Ach, guck mal, da sind schon unsere Freunde. Aus dem Orient. Ähm. Ich hoffe, das klappt jetzt. Weil sonst bin ich leicht gefuckt. So, du gehst wieder weg. Das ist schön. Tschüss. Tschüss. Bisschen. Bisschen. Bisschen wenig für zwei Wochen. Wenn sie insgesamt vier bräuchten, um zu sterben. Fweps. Fick dich. So. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ah, guck mal. Ne Truhe. Halt. Die Truhe ist wichtiger als ihr. Lalele. Wo haben die dann ihren Rhythmus? Wann bist du lahmartig? Wenn du ein Stück näher kommst, kann ich dich abmuchsen. Okay. Das muss reichen. Tschüss. Und. Hier ist niemand. Du Arsch. Jetzt weiß ich trotzdem, gerne noch zwei Wurfmessern haben. Bitte. Das ist die Gebühr, dass ich euch töte. Ah, Arschloch. Ach, seid ihr geizig. Na gut, dann nehmt mich. Dann runter zu Antonio. Vielleicht habt ihr ein paar für mich. Oder ich sterbe einfach unterwegs. Gut, ab jetzt sollte ich so etwas ähnliches viel aufpassen. Ich habe keine Medizin mehr. Nö. Hierher. Ja, bin doch schon hier. Was los? Gut gemacht, Ezio. Ich weiß. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützer. Okay. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken. Und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen. Denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Jawohl. Oberstleutnant G-Load. Komm mal hier. Komm mal hier. Quatsch. Das war fast erfolgreich. Danke, Fraps. Warum habe ich dich gekauft? Weiß ich gerade echt nicht. Na gut. Kümmer ich mich halt um ein paar unterbelichtete. Ich hab eine Wette gehabt. Genau. Schlag jetzt zu. Ja. Warum willst du nicht tanzen? Zu dumm. Na. Und du bist gefickt. Ach, nur stirbt da einfach. Seid nicht schüchtern. Geht auf. Und ausrauben. Schafelzeit muss sein. Aber offenbar haben die nix. Und die stehen da wie Gummipuppen. Vielleicht sind's ja Gummipuppen. Oh, zwei Wurfmesser. Das ist ja was. So, komm mal mit, ja. Pop. Ja, doch. Ich bin von der Polizei. Mach. Das war dein Geld. Warte, bis ich euch in die Hände gebe. So, kommt ihr mit. Warte, bis ich euch in die Hände gebe. Stirb. Einfach weil... Da... Einfach wegen... ...gewissen T-Sorten. So. Kletter, 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 Max. Ich kletter wie die Putzrau. Laden wir hier auf dem Balkon, oder? Oh, ist sicher. Ja, auch. Ja. Auch so. Ja. Das ist der Assassine, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist... Ist er in Venedig? Ach. Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte dir so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, aber nicht mehr lange ihr. Komm her. Komm her. Danke. War eine Festung. Kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassine. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe... Samba. Nein. Ich habe zu hart dafür... Ja, das hast du wohl in der Tat. Und jetzt bist du zu hart gestorben. Das war knapp. Du hast keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert, Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch... Es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in Pache. Ach komm, als ob du es nicht gerne machst, Setsio. Tja, einer weniger und alle sind gestorben. Warum auch immer. Äh, ich wollte ihn ausräumen. Ich wollte die Wachen trotzdem ausräumen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Okay. Warte auf mich, mein Schatz. Ja, mach's halt alleine. Setter ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht. Holt Emilius Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Robin Hood. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfacher. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Wirkenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehen. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Na, was wohl? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Auf Wiedersehen, Carlo. Nee, wie ist das? Keine Ahnung. Alles muss raus. Genau. Haben wir synchronisiert und jetzt müssen wir doch mal wieder auch raus. Wenn ich Glück habe, komme ich noch zur Ruhe. Ah, in letzter Sekunde. Oder? Das zählt doch noch, oder? Hm, na gut. Was gebe ich jetzt? Muss ich jetzt wieder ins Real Life? Nee. Wo bin ich jetzt? Immer noch in Venedig? Ja. Immer noch Venedig. Nur zwei Jahre später, stimmt's? Ich weiß leider nicht mehr, wann ich angekommen bin. Hä, dumm bin ich. Ja, schön. Mhm. Ja. Alles gut. Jawohl, da sind wir wieder. In Venedig. Nach wie vor und vor wie nach. Ähm. Ja. Können wir denn jetzt auch noch... Ah, jetzt können wir auch bestimmt hier rüber zu dem da. Lasst uns ihn mal besuchen. Nein, will ich nicht. Nein, 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 nein. Habe den. Ach, musst du mich jetzt nochmal in den Ladebildschirm schmeißen, deswegen. Muss ich meinen normalen Marker machen, was? Ja, das weiß ich selber. Och. Da, ich will hin. Dann solltet ihr einen Termin machen und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Fatscho. Er hat für jeden genau die richtigen Kniefe. Fick dich, Fabs. Einfach nur fick dich. Auf in den anderen Bezirk. Da könnten wir Freunde neu hin. Und wir haben schon wieder 10.000 auf dem knapp 11.000 in der Kasse. Äh, hallo ja, Weiber. Ich habe einige Weiber. Ja, Astrupol. Ähm, Schatzkarten. San Marco, Kaufwinn. Schatzkarten sind nie verkehrt. Ähm, dort geben wir Helder. Ach, haben wir schon alle? Schade. Signori. Meins. Auf die Fresse. Ach, aber du bist da, wünscht, ja. Wohl, der kleine Bürger will was. Hier, toller Drill, ne? Mach mal. Soll ich sehen. Ernsthaft, der verprügelt mich jetzt. Oh, kann man die nicht so schwer klauen? Na gut, klauen, komm hier. Wenn du es nicht anders willst. Oh, tschüss. Geht doch. Gut. Und dann wahrscheinlich wieder nur für 2000 Ocken. Hep, 1000. Aber naja, in Ordnung. Geld ist Geld. So, lauf, lauf, lauf. Als man ein Gebäude nicht rennen kann, ist ziemlich dumm. Ähm, ich möchte gerne auf einen Aussichtsturm. Ist denn hier auch einer? Genau, da ist einer. Boah, und hier ist so viel, hier läuft so viel Geld rum. Geld, 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 Geld. Oh, ich muss in eine Richtung. Hallo, meins, meins. Danke. Und du auch nochmal. Oh, die sind ja alle so reich in diesen scheiß Vögel. Hör, wer war das nu? Voll getrollt, alter. Wie viel Geld die bringen. So, und einmal was zu lesen. Ähm, Rebecca Bums, wenn ich dort wäre, würde ich mir ein Rennen auf den Kirchsturm machen. Ja, das ist schön. Die, äh, gut, also, Santo Stefano. Ja, diese gotische Kirche wurde im 13. Jahrhundert erbaut und dann im 14. erneuert. Sie fungiert als Grabstätte eines Dogen Andrea Contarini und Martin Luther. 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 Las dort einmal eine Messe. Cool. Martin Luther, also. Das kleine Luder. Ja, ja, lesen und denken ist nicht immer. Das ist aber schade. Oh, ist dir was hingefallen. Na. Ihr seid alle so schön reich. Reich, 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 reich. Für mich steht immer nur irgendwie so arme Penner da rum am, bei dem Quatsch, bei der Quatschbacke. Ja, packt mich mal, los, folgt mich. Folgt mich, äh, gar nicht gut Deutsch. Och, hast du mich ernsthaft mit einem Stein gedingst? Kleine Schlampe. Gut, ist zwar nicht hoch oder groß, aber es reicht aus. Um zu synchronisieren. Da, da, da. Hier wollte ich nur gucken, ob ich hier noch, ähm, eine Codex-Podex-Seite finde, aber... Offenbar ist die mir nicht so, also gehen wir mal zum nächsten... Gut, dass ich das markiert habe. Zum nächsten Türmchen. Vielleicht finde ich ja noch einen. Vielleicht gab's auch noch einen, ne? Keine Ahnung. Ja, ich leide da mal hoch, das wird helfen. Ja, schön. Und einmal ab ins Wasser. Knapp. Das hätte ja fast was jenen können, so. Uh, tut mir leid, aber muss töten. Hat leider keine Waffe dabei. Na gut. Hm, Wurfmesser ist auch was schönes. Ähm. Da oben ist irgendwas. Ja. Da oben ist irgendwas. Das war perfekt jetzt hier. Also, 10 von 10 Punkten, ne? Duh 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 Duh. Ich hasse dich. Nein, ernsthaft? Keine Ahnung, warum hab ich das gemacht. Noch. Halt dich fest, danke. Gut, hier ist nix, das ist schön, das ist auf der anderen Seite. Don't make such shit, that will make me scary. Und Echo, du kannst nicht entkommen. Du kannst nicht entkommen, guck mal, du kannst nicht fliegen. Ah, Basilica di Marco, wieder zum Lesen. Die Basilica di San Marco oder auch der Marcos-Dom wurde zuerst im Jahre 828 erbaut, um die angeblich sterblichen Überreste des heiligen Marcos zu beherbergen, die aus Alexandra gestohlen wurden. Der heutige Dom im byzantinischen Stil wurde 10.063 erbaut. Sieht hier die Fassade an. Viele der Dekorationen wurden von den Kreuzungen heimgebracht oder von Reichen hinlang gestiftet. Die Kirche war die persönliche Kapelle des Dogen. Es gibt einen Durchgang, der zum Palazzo Ducal in den Mann führt. Okay. Ja, sieht jetzt auch nicht so scheiße aus, aber dafür ist das, glaube ich, die beschissenste Gruft für das Assassinen-Grab drinne. Ich glaube, das war die Gruft, wo ich nie weitergekommen bin. Da habe ich mir, ich habe es tausend Trillionen mal versucht. Geh ne Chance. Na, mal sehen, ob es jetzt im Let's Play besser wird als ob. Hm, da fände ich mir wieder an, so zu lecken. Ich habe die Vermutung, dass die scheiß Platte voll ist, aber ich will den scheiß Aussichtsdomen dann noch erklimmen. Ja, komm, leck mal weiter. Ja, leck, leck, leck. Hm, cool. Du, 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 du. Wie schön, da waren jetzt 500 Dinger drin, ich habe das mal kurz aufs Gehen gemacht, also kurz mal selbst aus und nochmal an. Ähm, Kampanielle, ach so, der Turm ist auch noch was Neues, okay. Ähm, ja, in diesem Ort gibt es auch wieder so ein Stück Scheiße. Ähm, Kampanielle di San Marco. Um 9. Jahrhundert zunächst als Wachtturm erbaut wurde, der Kampanielle di San Marco später in einen Glockenturm umgewandelt. Jeder der 5 Glocken verkündet einen anderen Termin. Senat, Mittag, Anfang und Ende des Ferktages, Ratstreffen und Hinterrichtung. Okay. Eine sehr vielfältige Uhr. Wachen, haltet ihn! Doch! Ach, ne, den Palazzo hatten wir schon, tut mir leid. Und den sollten wir uns vielleicht kümmern. Vielleicht, aber nicht mal heute. Außerdem würdet ihr mich hier niemals einholen. Okay, da kann man nur klettern, sehr schön. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Muss ich schon mal so sagen. Kannst du dich da festhalten? Nö, naja, klar. Sonst sind ich im Furz aber nicht daran. Naja, mach jetzt. Ach, auf einmal. Mach mir das Leben noch nicht mehr so unnötig schwer. Bup! So, und hier noch. Und da fast runtergefallen, aber sonst nicht weiter schlimm. Ach komm. Ja, du schaffst es. Ich glaube aber nicht. Geht doch. Feuer, alles los. Es leuchtet hier schon wieder so. Festhalten im Glyphen, ob sie so... Och. Glyphen. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verwaltungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall. Oder nicht? Keine Ahnung. 64 Quadrate. Datei freigegeben. Ach, das ist einfach. Das ist einfach. Ähm. Was? Wie geht das? Achso. Oh, das ist einfach. Ach, das konnte ich mal. Das konnte ich. Ja, das muss so. Logisch. Ähm. Eigentlich ist die Mitte am schwersten eigentlich. Also was heißt schwer? Das ist alles nicht so sonderlich schwer. So. Idensplitter 2 Apfel. König Elisabeth I. von England. 159. Cool. Ja, das ist alles. Okay, die... Napoleon... Nee. Nicht Napoleon. Doch, natürlich ist das Napoleon. Ähm. Und wie das Napoleon ist? Ist das sowas von Napoleon? Das ist... Marco Polo sogar schon. Ja, Kaiser Napoleon I. von Frankreich. 1812. Weil die Ehen später einen Apfel... Okay. Achso. Ähm. George Washington. Möchte ich jetzt mal fast schon behaupten. Ähm. Achso. Ja, hier so. Ja. Okay. Oh nein, nicht lecken. Komm schon, das will ich jetzt noch hinkriegen. Ich weiß, man könnte es auch in die andere Richtung drehen. Aber jetzt bin ich grad nicht zu dumm. Ach, das ist jetzt eigentlich echt nur so ein Zufall, hm? Ne, aber... Auch hier wieder. Na, eigentlich einen später drei Apfel. Okay, weiter. Passcode gefunden. Gut. Irgendeine Datei fragegeben. Die Wahrheit. Okay. Spiel mal ab, ne? Achso. Spannung. Okay. Cool. Ähm. Ja, dafür müssen wir jetzt erstmal noch das andere Ding da... Ähm. Dieses... Mit dem Pilner-Rätsel. Boah, dafür bin ich echt zu dumm. Muss ich mal gucken, ob ich das immer wieder finde. Und wenn ich das dann immer wieder finde... Dann mach ich das mal. Ne? Du Löwenkopf. Das sieht doch genauso. Boah, die Küche sieht so episch aus. Na gut. Kletter, klettern. Okay. Richtig geiler Ausblick, alter. Einmal synchronisieren. Tja, und dann springen wir mal an unseren Tod. Toll. Das dachte ich jetzt eigentlich nicht, dass das passiert. Aber gut. Wir sehen uns dann im nächsten Partie davon. Also sind's Krieg 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.